Hallo, ich bin Myriam und heute zeige ich euch eine einfache Pediküre mit einem unserer UMAX Pediküre Sets. Anschließend zeige ich euch die Anwendung mit dem Paraffinbad für gepflegte Füße. Ich beginne mit dem Desinfizieren. Natürlich werden vor Gebrauch auch alle benötigten Werkzeuge und Geräte desinfiziert. Mit dem Spa Pediküre Fußbad von UMAX gönnen wir unserer Kundin das Rundumprogramm. Mit Sprudel, Infrarotwärme und den Massagenoppen genießt sie ein erholsames Fußbad. Die Haut wird elastischer und Verhornungen können leicht bearbeitet werden. Mit den Pediküre Sets aus unserem Shop könnt ihr direkt loslegen. Dies kann man während oder nach dem Fußbad machen. Das hier gezeigte Set ist wunderbar für die Anwendung zu Hause zu benutzen. Im professionellen Bereich könnt ihr natürlich einen unserer Fräser einsetzen. Zwischendurch prüfe ich, ob noch Stellen zu bearbeiten sind. Zwischendurch prüfe ich, ob noch Stellen zu bearbeiten sind. Tänzungs-Tänzungs-Gebrauch. Tänzungs-Tänzungs-Knowen-Württember. Jawohl, wie ich weiß, Kreuz. Solltet ihr gröbere Verhornungen haben, oftmals an der Ferse, könnt ihr dafür den groben Aufsatz einsetzen. Mit der Pfeile für den Fuß reibe ich sanft um den ganzen Fuß herum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit der Pfeile für funk, 2017 Mit der Bürste entferne ich die restlichen Hautschuppen. Jetzt feile ich die Fußnägel in Form. Fußnägel sollten eckig gefeilt werden, um seitliches Einwachsen zu verhindern. Fußnägel Mit dem Nagelhautspatel wird die aufgeweichte Nagelhaut schonend zurückgeschoben. Mit der spitzen Seite des Werkzeugs werden Hautstücke vorsichtig entfernt. Die instability Mit der Die Alle Hautreste, entferne ich mit dem Pinsel. Hier der zweite Fuß im Schnelldurchlauf. Los geht's mit dem Paraffinbad. Vorsichtig lassen wir den Fuß in das vorher erwärmte Paraffinbad gleiten. Durch das Anheben des Fußes verhärtet sich das Wachs an der Luft. Wir tauchen den Fuß nochmals ein. Der Eintauchvorgang kann bei Bedarf mehrmals wiederholt werden. Anschließend stülpen wir den Fuß in den Protector Bag aus Folie. Zum Warmhalten kommt ein Frottee-Füßling darüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Circa 15 Minuten sollten die Füße verpackt bleiben. So kann sich die pflegende Wirkung des Paraffins voll entfalten. Wir entfernen den Füßling und ziehen mit der Tüte vorsichtig das gehärtete Wachs von den Füßen. Wachsreste entferne ich mit dem Handtuch. Achtet auch auf den Wachs zwischen den Zähnen. Meine Kundin wünscht sich eine Lackierung mit einer trendigen Farbe. Hierzu habe ich einen der Hologramm Lacke von NDED ausgesucht. Um mir das Lackieren zu erleichtern, verwende ich Zehenspreizer. Als Unterlage verwende ich den Base Coat von NDED. Ready for takeoff. Unsere Hologramm Lacke bieten tolle Farbeffekte. Wachsreste entferne ich den Füßen. Mit einem Orangenholzstäbchen entferne ich gegebenenfalls überschüssigen Lack. unu. Drill. Bei der hier ausgesuchten Farbe reicht eine einmalige Lackierung. Der Lack ist schön deckend und entfaltet sofort seine Farbe. Habe ich alle Nägel fertig, versiegele ich mit unserem Topcoat. Nagelhautöl rundet das Pflegeprogramm ab. Are you ready? Wie immer findet ihr alle unsere Produkte in unserem Online-Shop. In der Rubrik Spa Wellness sind all unsere Fußpflegeprodukte und noch vieles mehr zu finden. Bis zum nächsten Mal auf dem Channel von NDED. Untertitelung des ZDF für funk, 2017